Gedanke 1. Den passenden Fotografen finden Die Wahl des richtigen Fotografen ist entscheidend, wenn du ein besonderes Ereignis in Fotos festhalten möchtest. Achte darauf, dass der Stil des Fotografen zu deinem Event passt und du dich wohlfühlst. Ein persönliches Gespräch hilft, Erwartungen zu klären und sicherzustellen, dass der Fotograf deine Vorstellungen versteht. Sieh dir sein Portfolio an, um seine Arbeit zu beurteilen und ob seine Bildsprache deinen Vorstellungen entspricht. So stellst du sicher, dass die besonderen Momente optimal eingefangen werden. Mit dieser sorgfältigen Auswahl trägst du maßgeblich dazu bei, dass deine Eventfotos zeitlos und eindrucksvoll werden. Gedanke 2. Gemeinsame Planung der wichtigsten Momente Für unvergessliche Erinnerungen ist es wichtig, mit deinem Fotografen die bedeutendsten Momente im Voraus zu planen. Erstelle eine Liste dieser Momente, diskutiere, wie sie am besten eingefangen werden können und sorge so dafür, dass nichts Wichtiges übersehen wird. Besprecht, welche Momente am besten eingefangen werden können, ob durch spontane Aufnahmen oder inszenierte Szenen. Eine strukturierte Planung ermöglicht es, alle entscheidenden Details festzuhalten und die Essenz deines Events in den Fotos wiederzuspiegeln. Durch diese gründliche Vorbereitung kannst du sicher sein, dass dein Event professionell dokumentiert wird. Gedanke 3. Bedeutung der Beleuchtung verstehen Die richtige Beleuchtung ist entscheidend für die Stimmung und Klarheit deiner Eventfotos. Achte darauf, dass der Fotograf das vorhandene Licht optimal nutzt und ergänzende Lichtquellen wie Reflektoren oder zusätzliche Lampen einsetzt, um Schatten zu mildern und das Motiv hervorzuheben. Natürliches Licht, wie das während der goldenen Stunde, erzeugt sanfte, warme Töne, die deine Bilder lebendiger wirken lassen. In Innenräumen kann künstliches Licht verwendet werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten. Mit einer durchdachten Beleuchtungsplanung sorgst du dafür, dass deine Fotos lebendig und professionell wirken und die besonderen Momente perfekt eingefangen werden. Gedanke 4. Flexibilität am Veranstaltungstag Am Tag deines Events können unvorhergesehene Änderungen auftreten. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen. Kommuniziere offen mit deinem Fotografen über eventuelle Planänderungen, damit dieser entsprechend reagieren kann. Eine flexible Herangehensweise ermöglicht es, spontane und authentische Momente einzufangen, die den Charakter deines Events unterstreichen. Beispielsweise könnte sich der Zeitplan verschieben oder das Wetter könnte unerwartet umschlagen. Durch offene Kommunikation und Flexibilität könnt ihr gemeinsam sicherstellen, dass trotz aller Überraschungen beeindruckende Fotos entstehen. Gedanke 5. Vorbereitung der Location für optimale Aufnahmen Eine gut vorbereitete Location trägt wesentlich zu beeindruckenden Fotos bei. Achte darauf, dass der Raum sauber und ordentlich ist und gestalte Bereiche, die fotografiert werden sollen, ansprechend. Bespreche mit deinem Fotografen, wo die besten Plätze für Aufnahmen sind und ob besondere Dekorationen oder Arrangements notwendig sind. Eine gezielte Vorbereitung der Location, einschließlich der Wahl des besten Hintergrunds und der passenden Dekoration, trägt dazu bei, dass die Fotos harmonisch wirken und die Atmosphäre des Events unterstreichen. So kannst du sicherstellen, dass die Umgebung deine Fotos optimal ergänzt und die gewünschten Stimmungen unterstützt. Gedanke 6. Einsatz von Accessoires zur Bildgestaltung Accessoires können deinen Eventfotos eine besondere Note verleihen. Überlege, welche Requisiten oder Dekorationen zu deinem Event passen und diese gezielt in die Aufnahmen einfließen lassen. Kleine Details wie Blumen, Kerzen oder thematische Gegenstände können den Bildern Tiefe und Persönlichkeit verleihen. Auch ungewöhnliche Accessoires wie Schilder, Rahmen oder bunte Stoffe können kreativ eingesetzt werden, um spannende Effekte zu erzielen. Bespreche mit deinem Fotografen, wie und wann diese Accessoires am besten verwendet werden, um natürliche und ansprechende Fotos zu erzielen. Mit durchdachten Accessoires setzt du kreative Akzente und schaffst einzigartige Erinnerungen an dein Event. Gedanke 7. Bedeutung der Nachbereitung und Bildauswahl Nach dem Event ist die Nachbereitung ein wichtiger Schritt, um die besten Fotos auszuwählen und zu bearbeiten. Nimm dir Zeit, gemeinsam mit deinem Fotografen die aufgenommenen Bilder zu sichten und die Favoriten auszuwählen. Besprecht, welche Fotos nachbearbeitet werden sollen, um die Qualität und den Stil zu optimieren. Dabei können Farbanpassungen, Retuschen oder spezielle Effekte eingesetzt werden, um die Bilder noch ansprechender zu gestalten. Denke auch an die Möglichkeit, ein Fotobuch oder eine digitale Galerie zu erstellen, um die Erinnerungen stilvoll zu präsentieren. Durch eine gründliche Nachbereitung erhältst du eine hochwertige Sammlung von Fotos, die die schönsten Momente deines Events widerspiegeln. Gedanke 8. Nutzung von natürlichen Lichtquellen Natürliches Licht kann deine Eventfotos auf ein neues Level heben. Plane deine Aufnahmen so, dass du die besten Lichtverhältnisse nutzt, zum Beispiel während der goldenen Stunde am frühen Morgen oder späten Nachmittag. Dieses weiche, warme Licht erzeugt sanfte Schatten und verleiht den Bildern eine harmonische Stimmung. Vermeide Aufnahmen in der prallen Mittagssonne, da das harte Licht unerwünschte Schatten und Überbelichtung verursachen kann. Dein Fotograf kann mit Reflektoren oder Diffusoren arbeiten, um das natürliche Licht zu steuern und optimal einzusetzen. So profitierst du von der Schönheit des natürlichen Lichts und erhältst Fotos, die die Atmosphäre deines Events perfekt einfangen. Gedanke 9. Bedeutung der Perspektive und des Winkels Die Wahl der Perspektive und des Winkels kann den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Foto ausmachen. Experimentiere mit verschiedenen Blickwinkeln, um interessante und dynamische Kompositionen zu schaffen. Lass deinen Fotografen kreative Ideen einbringen, wie zum Beispiel Aufnahmen aus der Vogelperspektive, um einen umfassenden Überblick zu bieten, oder aus der Froschperspektive, um Motive imposanter wirken zu lassen. Auch ungewöhnliche Seitenansichten oder Detailaufnahmen können spannende Effekte erzeugen und neue Aspekte deines Events hervorheben. Durch abwechslungsreiche Perspektiven erzielst du einzigartige und ansprechende Bilder, die das Event aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Dies verleiht deinen Fotos Vielfalt und verhindert Monotonie, sodass Betrachter immer wieder neue Details entdecken können. Bespreche mit deinem Fotografen, welche Perspektiven am besten zu deinem Event passen und wie sie am effektivsten eingesetzt werden können. So entstehen Fotos, die nicht nur dokumentieren, sondern auch begeistern und inspirieren, indem sie dein Event auf kreative und eindrucksvolle Weise darstellen. Gedanke 10. Emotionen einfangen Emotionen sind das Herzstück jeder Eventfotografie. Achte darauf, dass dein Fotograf die emotionalen Höhepunkte einfängt, sei es Freude, Überraschung oder Begeisterung. Authentische und emotionale Momente verleihen deinen Fotos Tiefe und Persönlichkeit. Ermutige deine Gäste, sich vor der Kamera natürlich zu verhalten und ihre Gefühle offen zu zeigen. Eine entspannte Atmosphäre hilft dabei, spontane Reaktionen zu fördern. Dein Fotograf sollte sensibel auf solche Augenblicke achten und im richtigen Moment den Auslöser drücken. Mit emotionalen Fotos schaffst du unvergessliche Erinnerungen, die die Stimmung und das Wesen deines Events widerspiegeln. Gedanke 11. Einsatz von Bewegungsunschärfe kreativ nutzen Bewegungsunschärfe kann deinen Eventfotos eine künstlerische Note verleihen. Experimentiere mit längeren Belichtungszeiten, um dynamische und fließende Bewegungen einzufangen. Diese Technik eignet sich besonders gut für Aktivitäten wie Tanzeinlagen oder andere bewegungsreiche Momente. Dein Fotograf kann verschiedene Einstellungen ausprobieren, um die gewünschte Unschärfe zu erzielen und so kreative und ausdrucksstarke Bilder zu schaffen. Mit Bewegungsunschärfe setzt du lebendige Akzente und bringst die Energie deines Events gekonnt zur Geltung. Diese Technik sorgt dafür, dass deine Fotos nicht nur statische Momentaufnahmen sind, sondern die lebendige Atmosphäre und das Erlebnis deines besonderen Tages widerspiegeln. Gedanke 12. Gruppenfotos effektiv planen Gruppenfotos sind oft ein wichtiger Bestandteil von Events. Plane im Voraus, wann und wo diese Aufnahmen gemacht werden sollen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Stelle sicher, dass alle wichtigen Personen informiert sind und rechtzeitig an den vorgesehenen Platz kommen. Dein Fotograf kann durch klare Anweisungen und eine gute Organisation dafür sorgen, dass die Gruppenfotos schnell und effizient aufgenommen werden. Denke auch daran, die besten Hintergründe auszuwählen und das Licht optimal zu nutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. So erhältst du gut organisierte und harmonische Gruppenbilder, die die Gemeinschaft und das Miteinander deines Events widerspiegeln. Gedanke 13. Bedeutung der Hintergrundgestaltung Ein passender Hintergrund kann deine Eventfotos erheblich aufwerten. Achte darauf, dass der Hintergrund sauber und nicht zu ablenkend ist, damit das Hauptmotiv im Fokus bleibt. Nutze natürliche oder dekorative Elemente, die zum Thema deines Events passen und die Atmosphäre unterstreichen. Dein Fotograf kann verschiedene Hintergründe ausprobieren, um die besten Kombinationen zu finden und so ästhetisch ansprechende und stimmungsvolle Bilder zu erstellen. Eine durchdachte Hintergrundgestaltung ermöglicht es dir, harmonische und professionelle Fotos zu erzielen, die das Gesamtbild deines Events abrunden. So kannst du sicherstellen, dass deine Fotos nicht nur dokumentieren, sondern auch die besondere Stimmung deines Events einfangen. Gedanke 14. Einsatz von Schwarz-Weiß-Fotografie Schwarz-Weiß-Fotografie verleiht deinen Eventfotos eine zeitlose und elegante Note. Überlege, ob du einige Aufnahmen in Schwarz-Weiß haben möchtest, um die Emotionen und die Atmosphäre besonders hervorzuheben. Diese Technik betont Kontraste und Details, die in Farbe möglicherweise weniger auffallen würden. Dein Fotograf kann gezielt Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen oder bestehende Fotos nachträglich umwandeln, um diesen klassischen Look zu erzielen. Mit Schwarz-Weiß-Fotografie schaffst du stilvolle und ausdrucksstarke Bilder, die die Essenz deines Events auf besondere Weise einfangen und eine tiefere emotionale Verbindung herstellen. Gedanke 15. Bedeutung der Nachbearbeitung Die Nachbearbeitung ist ein wesentlicher Schritt, um die Qualität deiner Eventfotos zu steigern. Achte darauf, dass dein Fotograf die Bilder sorgfältig bearbeitet, um Farben zu optimieren und eventuelle Unvollkommenheiten zu korrigieren. Eine professionelle Nachbearbeitung kann den Bildern den letzten Schliff geben und sie noch ansprechender machen. Besprecht gemeinsam, welche Bearbeitungsschritte gewünscht sind und welche Stile bevorzugt werden. Denke auch daran, die Fotos in verschiedenen Formaten zu speichern, um sie vielfältig verwenden zu können. Mit einer durchdachten Nachbearbeitung erhältst du hochwertige und ästhetisch ansprechende Fotos, die deine Erinnerungen perfekt widerspiegeln. Gedanke 16. Einsatz von Drohnen für einzigartige Aufnahmen Drohnen bieten eine spannende Möglichkeit, außergewöhnliche Perspektiven bei deinem Event einzufangen. Sie ermöglichen Luftaufnahmen, die einen umfassenden Überblick über das Geschehen bieten und beeindruckende Blickwinkel eröffnen. Achte darauf, dass der Einsatz von Drohnen den Ablauf deines Events nicht stört und die Privatsphäre der Gäste respektiert wird. Dein Fotograf kann gezielt Drohnenaufnahmen planen und durchführen, um spektakuläre und einzigartige Bilder zu erstellen. Besonders wichtig ist die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften bezüglich des Drohneneinsatzes. Mit Drohnen erhältst du beeindruckende und vielseitige Fotos, die dein Event aus einer völlig neuen Perspektive zeigen. Gedanke 17. Bedeutung der richtigen Ausrüstung Die richtige Ausrüstung ist entscheidend für die Qualität deiner Eventfotos. Stelle sicher, dass dein Fotograf über professionelle Kameras, objektive und Beleuchtungsausrüstung verfügt, die den Anforderungen deines Events gerecht werden. Unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, wie beispielsweise lichtstarke Objektive für schlechte Lichtverhältnisse oder Stative für stabile Aufnahmen. Eine gut ausgestattete Ausrüstung ermöglicht es dem Fotografen, flexibel auf verschiedene Gegebenheiten zu reagieren und stets die besten Ergebnisse zu erzielen. Mit der passenden Ausrüstung sorgst du dafür, dass deine Eventfotos technisch einwandfrei und ästhetisch ansprechend sind. Eine sorgfältige Zeitplanung ist essentiell, um alle wichtigen Momente deines Events festzuhalten. Erstelle einen detaillierten Zeitplan, der alle Programmpunkte und geplanten Aktivitäten umfasst. Teile diesen Zeitplan mit deinem Fotografen, damit er genau weiß, wann welche Aufnahmen gemacht werden sollen. Eine gute Abstimmung hilft dabei, dass keine wichtigen Momente übersehen werden und die Fotos reibungslos und effizient aufgenommen werden können. Mit einer durchdachten Zeitplanung stellst du sicher, dass dein Event optimal dokumentiert wird und alle bedeutenden Augenblicke festgehalten werden. Gedanke 19 Einbindung der Gäste in die Fotografie Die Einbindung deiner Gäste kann zu lebendigeren und authentischeren Eventfotos führen. Ermutige deine Gäste, sich vor der Kamera zu entspannen und natürliche Posen einzunehmen. Interaktive Fotobereiche oder Fotostationen können dazu beitragen, dass sich die Gäste aktiv am Fotografieprozess beteiligen. Dein Fotograf kann durch freundliche Ansprache und kreative Ideen die Gäste dazu bringen, sich wohlzufühlen und authentische Momente einzufangen. So entstehen Fotos, die die Stimmung und die Freude deines Events authentisch widerspiegeln und die Gäste in lebendige Erinnerungen verwandeln. Gedanke 20 Nutzung von Spiegelungen und Reflexionen Spiegelungen und Reflexionen können deinen Eventfotos eine zusätzliche Dimension verleihen. Achte auf reflektierende Oberflächen wie Glas, Wasser oder glänzende Dekorationen, um interessante Effekte zu erzielen. Diese Techniken können genutzt werden, um symmetrische und ästhetisch ansprechende Bilder zu erstellen, die das Event auf ungewöhnliche Weise darstellen. Dein Fotograf kann gezielt mit Spiegelungen spielen und so einzigartige und kreative Aufnahmen schaffen, die deinem Event eine besondere Note verleihen. Mit Spiegelungen und Reflexionen erhältst du beeindruckende und kunstvolle Fotos, die die Kreativität und Einzigartigkeit deines Events unterstreichen. Bedeutung von Detailaufnahmen Detailaufnahmen können die Atmosphäre und die besonderen Elemente deines Events wunderbar hervorheben. Konzentrier dich auf kleine Details wie Dekorationen, Tischarrangements oder besondere Accessoires, die das Event ausmachen. Solche Nahaufnahmen ergänzen die größeren Szenen und verleihen deinen Fotos zusätzliche Tiefe und Vielfalt. Dein Fotograf kann gezielt nach diesen Details suchen und sie kunstvoll in Szene setzen, um die einzigartigen Aspekte deines Events zu betonen. Mit Detailaufnahmen schaffst du eine umfassende und vielschichtige Dokumentation deines Events, die alle Facetten und Feinheiten festhält. Gedanke 22 Einsatz von Silhouetten für dramatische Effekte Silhouetten können deinen Eventfotos eine dramatische und künstlerische Wirkung verleihen. Nutze starke Lichtquellen wie Sonnenuntergänge oder gezielte Beleuchtung, um klare Konturen und Schatten zu erzeugen. Diese Technik eignet sich besonders gut für emotionale oder bewegende Momente, da sie die Formen und Bewegungen betont, ohne zu viele Details preiszugeben. Dein Fotograf kann gezielt Silhouetten aufnehmen und so beeindruckende und ausdrucksstarke Bilder kreieren, die eine besondere Stimmung transportieren. Mit Silhouetten erzielst du eindrucksvolle und unverwechselbare Fotos, die die Essenz deines Events auf kreative Weise einfangen. Gedanke 23 Bedeutung von Bewegung in den Bildern Bewegung kann deinen Eventfotos Dynamik und Lebendigkeit verleihen. Achte darauf, dass dein Fotograf Momente einfängt, in denen sich die Gäste bewegen, tanzen oder interagieren. Diese Aufnahmen vermitteln die Energie und die Stimmung des Events und machen die Fotos lebendig und authentisch. Durch das Einfangen von Bewegungen entstehen natürliche und spontane Bilder, die die Atmosphäre und die Freude des Augenblicks widerspiegeln. Mit bewegungsreichen Fotos erhältst du eine dynamische und ansprechende Dokumentation deines Events, die die Lebendigkeit und das Leben einfängt. Gedanke 24 Einsatz von Makrofotografie für besondere Details Makrofotografie ermöglicht es, besonders feine Details deines Events hervorzuheben. Konzentriere dich auf kleine Elemente wie Blumenarrangements, Einladungen oder spezielle Dekorationen, um beeindruckende Nachaufnahmen zu erstellen. Diese Technik bringt die Schönheit und die Feinheiten deines Events in den Vordergrund und verleiht den Fotos eine besondere Eleganz. Dein Fotograf kann gezielt Makroaufnahmen machen, um die kleinen, aber wichtigen Details deines Events zu betonen. Mit Makrofotografie schaffst du kunstvolle und detaillierte Bilder, die die Einzigartigkeit und die liebevollen Details deines Events unterstreichen. Gedanke 25 Bedeutung der richtigen Kleidung und Styling Die Kleidung und das Styling der Gäste können einen großen Einfluss auf die Qualität der Eventfotos haben. Achte darauf, dass die Outfits gut zur Stimmung und zum Thema des Events passen und harmonisch miteinander abgestimmt sind. Vermeide zu grelle oder widersprüchliche Farben, die von den Hauptmotiven ablenken könnten. Dein Fotograf kann durch geschickte Komposition und Beleuchtung dafür sorgen, dass die Kleidung und das Styling der Gäste optimal zur Geltung kommen. So erzielst du ästhetisch ansprechende und stilvolle Fotos, die das Gesamtbild deines Events perfekt abrunden. Gedanke 26 Nutzung von Schwarz-Weiß-Fotografie für zeitlose Eleganz Schwarz-Weiß-Fotografie bietet eine klassische Herangehensweise, um deinen Eventfotos eine zeitlose und elegante Not zu verleihen. Überlege, einige Aufnahmen in Schwarz-Weiß zu machen, um die Emotionen und die Atmosphäre des Events besonders hervorzuheben. Diese Technik betont Kontraste und Details, die in Farbe möglicherweise weniger auffallen würden. Dein Fotograf kann gezielt Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen oder bestehende Fotos nachträglich umwandeln, um diesen klassischen Look zu erzielen. Mit Schwarz-Weiß-Fotografie schaffst du stilvolle und ausdrucksstarke Bilder, die die Essenz deines Events auf besondere Weise einfangen und eine tiefere emotionale Verbindung herstellen. Gedanke 27 Bedeutung der richtigen Perspektive Die Perspektive, aus der ein Foto aufgenommen wird, kann dessen Wirkung erheblich beeinflussen. Experimentiere mit unterschiedlichen Blickwinkeln, um interessante und abwechslungsreiche Aufnahmen zu erstellen. Eine Aufnahme aus der Frosch-Perspektive kann beispielsweise dynamische und beeindruckende Effekte erzielen, während eine Vogelperspektive einen umfassenden Überblick bietet. Dein Fotograf kann verschiedene Perspektiven ausprobieren, um die besten Kompositionen für dein Event zu finden. Mit abwechslungsreichen Perspektiven erhältst du eine vielfältige und spannende Sammlung von Fotos, die die Vielseitigkeit und die besonderen Aspekte deines Events hervorheben. Gedanke 28 Nutzung von Spiegelungen und Reflexionen Spiegelungen und Reflexionen bieten eine einzigartige Möglichkeit, kreative und ungewöhnliche Fotos zu erstellen. Achte auf reflektierende Oberflächen wie Glas, Wasser oder glänzende Dekorationen, um interessante Effekte zu erzielen. Diese Techniken können dazu verwendet werden, symmetrische und ästhetisch ansprechende Bilder zu kreieren, die dein Event auf eine ungewöhnliche Weise darstellen. Dein Fotograf kann gezielt mit Spiegelungen experimentieren, um einzigartige und kreative Aufnahmen zu schaffen, die deinem Event eine besondere Note verleihen. Mit der richtigen Anwendung von Spiegelungen und Reflexionen erhältst du beeindruckende und kunstvolle Fotos, die die Kreativität und Einzigartigkeit deines Events unterstreichen. Gedanke 29 Bedeutung der Nachbearbeitung Die Nachbearbeitung spielt eine wesentliche Rolle bei der Qualität deiner Eventfotos. Achte darauf, dass dein Fotograf die Bilder sorgfältig bearbeitet, um Farben zu optimieren und eventuelle Unvollkommenheiten zu korrigieren. Eine professionelle Nachbearbeitung kann den Bildern den letzten Schliff geben, und sie noch ansprechender machen. Besprecht gemeinsam, welche Bearbeitungsschritte gewünscht sind und welche Stile bevorzugt werden. So wird sichergestellt, dass die finalen Bilder nicht nur technisch einwandfrei, sondern auch ästhetisch überzeugend sind. Einsatz von Zeitraffer für dynamische Eventdokumentation Zeitraffer-Aufnahmen sind eine faszinierende Methode, um die Bewegung und Veränderung bei einem Event aufzuzeichnen. Sie eignen sich hervorragend, um den Aufbau und den Ablauf von großen Veranstaltungen oder lang andauernden Events visuell zu komprimieren. Die Planung der Zeitraffer-Aufnahmen sollte sorgfältig erfolgen, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Phasen des Events erfasst werden. Durch den gezielten Einsatz von Kameras an strategischen Punkten kann dein Fotograf sowohl den Aufbau als auch den Höhepunkt und den Abbau des Events eindrucksvoll dokumentieren. Zeitraffer bietet nicht nur eine künstlerische Darstellung des Geschehens, sondern auch wertvolle Einblicke in den zeitlichen Verlauf und die Dynamik des Events. Gedanke einundreich Bedeutung von Detailaufnahmen Detailaufnahmen können die Atmosphäre und die besonderen Elemente deines Events wunderbar hervorheben. Konzentriere dich auf kleine, bedeutende Details wie Tischdekorationen, individuelle Gastgeschenke oder handgefertigte Elemente, die das Event prägen. Diese Nahaufnahmen ergänzen die umfassenderen Eventaufnahmen und verleihen deinen Fotos zusätzliche Tiefe und Kontext. Dein Fotograf sollte gezielt solche Momente suchen und kreativ einfangen, um die Einzigartigkeit jedes Details festzuhalten. Durch den Einsatz von Detailaufnahmen entsteht eine vielschichtige und umfassende Dokumentation deines Events, die nicht nur das Große, sondern auch das Kleine in den Fokus rückt. Gedanke 32 Kreative Nutzung künstlicher Lichtquellen Der Einsatz künstlicher Lichtquellen bietet die Möglichkeit, auch unter schwierigen Lichtbedingungen hervorragende Bilder zu erzeugen. Verwende verschiedene Lichtquellen wie Softboxen, LED-Panels oder sogar farbiges Licht, um die Stimmung zu setzen und die Hauptakteure des Events hervorzuheben. Die Anpassung der Lichtintensität und Farbe kann dazu beitragen, die gewünschte Atmosphäre zu schaffen und besondere Momente im besten Licht zu zeigen. Dein Fotograf sollte Erfahrung im Umgang mit diesen Techniken haben, um die natürliche Umgebungsbeleuchtung effektiv zu ergänzen oder zu ersetzen. Durch den kreativen Einsatz von künstlichem Licht können die visuelle Qualität der Fotos gesteigert und einzigartige atmosphärische Aufnahmen geschaffen werden. Die Integration von musikalischen Elementen in die Fotografie eines Events kann eine tiefergehende emotionale Wirkung erzielen. Fotografen können durch das gezielte Einfangen von Musikern, Instrumenten oder sogar der Interaktion des Publikums mit der Musik eine zusätzliche Erzählebene schaffen. Diese Bilder fangen nicht nur das Sichtbare ein, sondern versuchen auch, die Stimmung und den Klang des Moments wiederzuspiegeln, was den Betrachter auf eine multisensorische Reise mitnimmt. Solche Aufnahmen verlangen nach einem Fotografen, der nicht nur das Auge, sondern auch das Ohr für den richtigen Moment hat. Das waren meine 33 Gedanken zur perfekten Planung für zeitlose Eventfotos. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, wie du auf Augenhöhe mit deinem Fotografen verhandelst, um sicherzustellen, dass deine zukünftigen Fotoaufträge reibungslos umgesetzt werden, dann abonniere uns und hinterlasse gerne einen Daumen nach oben.